Mein Name ist Max und ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Wien. Ich stehne in der Firma. Das ist jetzt Marieren. Ich stehne in der Firma. Ich stehne nur nach Hause. Ich stehne in der Firma. 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 Das ist alles. Ich stehne in der Firma. Ich denke, wir sind fertig. Das sieht wie ein CP. 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 Das sieht wie ein CP.